Heute haben wir direkt die nächste Review und zwar zu Daredevils Staffel 3. Spoilerwarnung für alle, die noch nicht durch sind oder noch nicht angefangen haben. Solltet ihr eine relativ harmlose, detailarme Meinung wollen, könnt ihr zum Fazit springen. Da zeige ich euch gerade irgendwo die dazugehörige Stelle im Clip an. Los geht's! Reden wir zunächst ganz kurz über die grobe Handlung. Matt Murdock hat die Defenders Vorfälle überlebt. Was für eine Überraschung. Er wurde über das Kanalisationssystem aus einem Rohr rausgepusht und konnte dann mit letzter Kraft veranlassen, dass ein Taxifahrer ihn in seine Heimatkirche bringt, wo Sister Maggie und die anderen Schwestern sich rührend um ihn kümmerten und ihn gerade noch so zurückbringen konnten. Dann starteten die Entwicklungen, um Fisk, der schien einzulenken, bot sich als Informant für das FBI an, im Gegenzug für die Sicherheit von Vanessa und Vollzugslockerung bzw. Sonderbehandlung für ihn selbst. Bekam er natürlich, weil er von Anfang an alles lenkte und stufenweise mehr und mehr Kontrolle bekam. Er übernimmt das Hotel, wo er seine Haftstrafe verbringen muss. Das FBI lässt Personen töten, hat einen eigenen Überwachungsraum sogar und ist allgemein der Kingpin von New York. Drei Hauptmissionen verfolgt er dabei. Erstens, Vanessa aus dem Schussfeld der Behörden zu bringen und sie so heimholen zu können. Zweitens, Kontrolle, Einfluss und Ruf zurückgewinnen. Und drittens, Daredevil diskreditieren und zum neuen Schurken der Stadt machen. Und all diese Pläne gelingen ihm für lange Zeit. Speziell der dritte Teil ist eine interessante Nummer. Wir wussten, dass Fisk Matt auf die Schliche gekommen war in Sachen Daredevil, was im Gespräch zwischen ihm und Karen auch ganz deutlich wurde. Doch wie er Daredevil in Verruf bringt, ist schon ziemlich cool gemacht. FBI-Agent Point Dexter kommt hier ins Spiel. Der wird früh als zielsicherer, guter, aber erbarmungsloser Kerl eingeführt, der 100% gegen Fisk steht. Sie geben Benjamin eine tolle Backstory mit heftigen mentalen Problemen und Traumaerlebnissen. Eine intensive psychologische Betreuung, die zu einer lebenslangen Abhängigkeit und mentaler Hilfsbedürftigkeit führe. Was sein Leben, seine Arbeit und seine moralischen Konzepte in der Jetztzeit noch komplizierter machen. Was wiederum Fisk ausnutzt, um ihn in Richtung Bullseye bzw. Fake Daredevil zu pushen. Mit Erfolg. Foggy versucht es dann, auf dem legalen Weg Fisk, Tower und Co. Einhalt zu bieten. Matt ist natürlich als Dark Defender unterwegs, wo er sein Überleben dann auch Foggy und Karen offenbaren muss. Und Karen versucht ihren Teil als Reporterin und stürzt auf diesem Weg Allison und ihre Zeitung komplett ins Verderben. Fake Daredevil bringt Mads alter Ego dann in Verruf durch erbarmungslose Morde und sogar ein Attentat auf Mads eigene Kirche, um Karen Page dort auszuschalten. Und dieser neue böse Daredevil ist definitiv anfangs auch ein Match für Matt, was die Kämpfe zwischen den beiden auch immer wieder zeigten. Fisk erreicht ziemlich alles, was er wollte. Es kommt sogar zur Kingpin-Hochzeit mit Vanessa, nachdem es kurz mal wirklich eng für ihn war. Doch durch Nadim, der erst mitspielt, um sich und seine Familie zu schützen, dann aber doch seinen moralischen Kern wiederfindet, fliegt die ganze FBI-Nummer auf. Zwischen Matt und Fisk kommt es zu einer Abmachung in Sachen Secret Identity vs. Schutz für Vanessa, aber da ist noch genügend Potenzial für mehrere Staffeln drin. Und am Ende kam es zur lang erwarteten, aber sukzessiv herbeigeführten Wiedervereinigung des alten Freundeskreises und scheinbar der Rückkehr der gemeinsamen Kanzlei, die nun den Namen in einer Form wie Nelson, Murdoch und Page oder eine andere Kombination halt davon haben wird. Reden wir über die positiven Punkte der Staffel. Die besten Elemente waren für mich Story und das Storytelling. Die Qualitäten der beiden letzten Staffeln wurden für mich hier vereint und durch Fisks neuere Art mit einem noch politischeren Thriller-Charme versehen, der das Ganze noch weiter pushen kann. Mads Kampf zurück ins Leben und sein innerer Tumult zu seiner Rolle als Daredevil alles packend gestaltet, man fiebert mit, jeder kleine Schritt ist intensiv interessant und man steckt als Fan der Figur einfach inzwischen richtig tief drin. Die Rückkehr und der Aufstieg vom Kingpin, ganz toll inszeniert, wie er alles unter Kontrolle bringt und seine Macht ausweitet, seine Pläne verfolgt und auch seine Brutalität neue Formen annimmt. Und alle umliegenden Storys, die hier mit reinspielen, speziell natürlich die von Bullseye, wahnsinnig solide geschrieben, eigenständig, aber abhängig von der Hauptlinie. Funktionieren und harmonieren, einfach eine absolute Punktlandung für mich. Dazu gehört natürlich auch die Charakterentwicklung, speziell die von Matt, Fisk, Poindexter, Foggy und auch Sister Maggie haben mir dabei am meisten zugesagt. Man fühlt, wie bekannte Namen extrem wachsen und reifen konnten und Maggie und Benji waren tolle und wichtige Bereicherungen, die durch ihre Hintergründe entscheidende Rollen für Tile-Arcs spielten und sich sehr schnell und kräftig zu Story-relevanten Elementen weiterentwickelten. Was der Show gut getan hat im Vergleich zu Staffel 2 und den Defenders, war auch die Rückkehr zum Ton der ersten Staffel und der Rückzug in die reine Welt von Daredevil, was auch symbolisch durch das Kostüm vollzogen wurde. Allgemein der Ton ist zu loben. Dunkel, politisch inspiriert, Intrigen, innere Tumulte in mehreren Figuren, Aufstieg der Dunkelheit versus Fall eines Helden. Diese Kombinationen und Punkte waren alle wichtig und haben der Staffel alleine schon hier eine wahnsinnige Qualität verpasst. Die größte Überraschung für mich war interessanterweise das Finale. Normalerweise ist im MNU genau dieses immer etwas schwach oder kurz ausgefallen, doch hier haben sie nur richtige Entscheidungen getroffen. Fisk versus Bullseye versus Daredevil. Ein Dreikampf, wo die Moralwahrnehmungen auf dem Kopf standen, Beweggründe so deftig waren wie nie zuvor und der Spannungsbogen, den Mount Everest für ganz kurze Zeit übertreffen konnte. Und die Auflösung der Angelegenheit war hinsichtlich des Tons der Staffel und der Charakterentwicklungen sowas von on point. Man hätte dieses Finale nicht besser lösen können. Einfach nur toll. Die Sache ist, echte Kritik habe ich an dieser Staffel. Noch weniger als bei den Vorgängern. Nadim fühlte sich für mich manchmal ein wenig an, als wollten sie unbedingt eine Punisher-Realm-Figur hier reinpressen, koste es was es wolle. Seine schauspielerische Leistung war sicher auch nicht meine liebste dieses Jahr. Mitchell Allison, der gute Dad, mir wird es langsam etwas zu langweilig, wie er immer im gleichen Schema erst dagegen ist und dann einlenkt, und zwar in seiner fake-zornigen Art. Die Kostüm-Nummer, ich weiß nicht, ob sie es wirklich nur aufgrund der Story so angehen, oder ob auch die Überlegung eine Rolle gespielt hat, bei Kostümentwicklungen und Updates einfach was zu sparen. Und die Karen Page-Episode, da bin ich etwas hin- und hergerissen. Auf der einen Seite wurde das kurz davor aufgesetzt, wir haben schon in alten Staffeln derartiges erwartet, aber irgendwie fühlte sich diese Episode nicht notwendig für diesen Story-Floss an. Klar, schön die Hintergrundgeschichte zu kennen, allerdings hätte ich mir noch etwas mehr und tiefere Einblicke in eine eventuell noch krassere Vergangenheit erhofft. Die Wirkung ist mir hier ein wenig verpufft. Die Credit-Scene mit Bullseye ist natürlich cool gewesen, weil eine Zukunft mit ihm theoretisch möglich ist, aber ich stimme da einigen Kritikern zu, Die Zielscheibe im Auge, ganz zum Schluss, war eine Tonverfehlung und sorgte für ein unnötiges Klischee in einer ansonsten klischeefreien Show. Wie ihr sehen könnt, alles ziemlich kleinliche Kritikpunkte. Allgemeine Sachen gab es aber für mich einfach nicht. Kommen wir zum Fazit. Staffel 3 löst für mich die zweite als persönlicher Favorit ab. Die Story war für mich solider geschrieben, hatte die Macht von Season 2 und den Grundton der ersten Plus. Das Ganze hat eine noch deutlichere Note politischer Thriller. Und das passt einfach perfekt zu dieser Daredevil-Kingpin-Dynamik. Und die Mischung war einfach rund. Tempo hat mir gut gefallen. Eine Episode war für mich auch hier mal wieder etwas, naja, nicht unbedingt überflüssig, aber man hätte auch ohne sie leben können. Charakterentwicklung ist speziell bei Daredevil weiterhin eine der größten Stärken überhaupt und beispielsweise gerade bei der Hauptfigur klappt das immer wunderbar. Die Season war inhaltlich und qualitativ ein wichtiges Ausrufezeichen für das MNU, auch wenn das nicht automatisch bedeutet, dass Matt und Co. ihre Vörterstaffel bekommen. Tolle Season, tolle Figurenentwicklung, cooler Ton und Style, absolute Bereicherung für diese Teilwelt. Das war es dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out. Das war es dann auch für heute.